Willkommen zum heutigen Video. Wir machen ein Update zum Thema Optionshandel. Wir haben vor zwei Jahren schon mal mein Kumpel Alex dazu interviewt. Ein sehr ausführliches Video mit über 30.000 Aufrufen mittlerweile. Wer es nicht gesehen hat, nochmal hier verlinkt. Und wir wollen heute ihn befragen. Zwei Jahre später macht er immer noch Optionshandel. Wie läuft's? Für wen ist es vielleicht interessant? Und das erwartet euch heute. Bevor wir mit dem Interview starten und Alex herzlich begrüßen, noch der Hinweis. Es gibt nämlich diesen Donnerstag am 7. Dezember, 20 Uhr, ein kostenloses Live-Webinar von Alex, der uns zeigen wird, was Optionshandel ist, wie das Ganze funktioniert und eben Optionshandel für Berufstätige, Vollzeitangestellt, Familienvater. Wenn vielleicht du auch nicht zu viel Zeit hast, dann schau dir unbedingt das Webinar an. Da kannst du auch, Alex, alle deine Fragen stellen. Wir machen einen langen Q&A-Bereich am Ende. Link ist unter dem Video. Und jetzt starten wir direkt rein. Alex, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du uns heute fürs Update zur Verfügung stehst. Hi Flo und immer gerne natürlich. Ja, also wir haben vor zwei Jahren ungefähr das ausführliche Optionshandel-Video gemacht. Jetzt natürlich die Frage oder erstmal noch Glückwunsch von einigen Zuschauern zur Vaterschaft. Kleinen Sohn. Das heißt, die Zeit, die du hast, ist jetzt nicht mehr geworden, aber es würde brennend interessieren, was ist das Thema Optionshandel? Machst du das weiterhin jetzt mit noch weniger Zeit? Und wie läuft's? Du machst das, glaube ich, jetzt seit fünf Jahren, Optionshandel. Ja, vielleicht kannst du uns da mal ein Update geben. Ja, also der Optionshandel läuft nach wie vor. Gott sei Dank, weil mittlerweile ist der recht pflegeleicht für mich aufgesetzt. Also ich muss da nicht mehr so viel tun unter der Woche, sodass ich das jetzt auch quasi neben zwei Fulltime-Jobs einmal den, um Geld zu verdienen und dann die Papa-Geschichte machen kann. Also es ist ja eine halbe Stunde so aufsummiert Arbeit pro Woche. Das kriege ich auch noch unter. Und die Rendite, die ist nach wie vor für mich, also für das, was ich tun muss, attraktiv. So zwölf bis 15 Prozent pro Jahr. Das entspricht aktuell ungefähr 300 Euro monatlichem Einkommen netto bei einem Konto, das eine Größe von ungefähr 35.000 Dollar hat aktuell. Und das baue ich eben nach und nach weiter aus. Mhm. Okay. Und vielleicht für jemand, der jetzt noch ganz neu ist, kannst du einmal vielleicht kurz sagen, was Optionshandel in einfachen Worten ist und wer vielleicht jetzt nur Aktienkäufer ist, wieso das vielleicht für den als zusätzliche Strategie auch spannend sein könnte? Ja, das ist natürlich ein bisschen tricky, die Frage, das so ganz kurz und einfach zu erklären. Aber ich probiere es mal. Also der Optionshandel, da geht es um den Kauf und Verkauf von Optionen. Das ist schon mal selbsterklärend. Was ist jetzt eine Option? Der Käufer einer Option, der wirbt so Rechte. Mit denen kann er zum Beispiel Aktien in einer bestimmten Laufzeit zu einem bestimmten Preis kaufen. Das wäre eine Call-Option oder sie verkaufen. Das wäre eine Put-Option. Die Gegenpartei, das wäre dann der Verkäufer der Option, die sichert diesem Käufer diese Rechte zu. Also übernimmt eine Pflicht und erhält dafür als Ausgleich, als Risikoentschädigung eine Prämie, den Optionspreis. Das wäre jetzt so quasi die kürzeste Variante, die ich dir anbieten kann für die Erklärung, was Optionshandel ist. Mhm. Und wer jetzt vielleicht schon ein Aktien-ETF-Portfolio hat, warum könnte Optionshandel für den vielleicht eine nette Zusatzgeschichte sein? Genau so sehe ich das auch. Also ich habe nach wie vor weiterhin mein Kernportfolio aus Aktien und ETFs und ich finde Optionen einfach eine wahnsinnig bereichernde Ergänzung zu diesem grundsoliden Investment in Aktien und ETFs. Und es gibt ganz viele Gründe, warum jetzt jemand, der mit Aktien und ETFs hantiert, sich auch mit Optionshandel beschäftigen sollte. Sei es darum, dass es um Absicherungsgeschäfte geht oder um regelmäßige Einnahmen. Aber man kann auch Optionen nutzen, wenn es jetzt nur darum geht, sein Portfolio so ein bisschen zu managen. Einfach die sich günstiger ins Depot zu holen oder eben mit einem Bonus zu verkaufen. Das zeige ich dir mal kurz, wie das gehen könnte. Das habe ich im Firmendepot von mir selber gemacht erst dieses Jahr. Dazu muss ich kurz meinen Bildschirm teilen. Ja, also das heißt, obwohl du jetzt quasi Optionshandel seit fünf Jahren machst, hast du weiterhin auch noch ein normales Aktiendepot. Du machst quasi beides parallel. Genau. Es gibt drei Sachen, von denen ich voll überzeugt bin. Das sind Aktien-ETFs, Optionshandel und in einer ganz kleinen Portionierung Kryptowährung. Das sind die drei Sachen, mit denen ich mich wirklich beschäftige. Und du kennst mich ja, ich bin eher skeptisch gegenüber den meisten Sachen. Deswegen, wenn ich was wirklich nachhaltig dann mache, dann gibt es auch einen guten Grund dafür. Genau. Aber ich zeige dir jetzt mal kurz, was du zum Beispiel als Aktien-ETF-Investor machen kannst mit Optionen, um zum Beispiel dein Portfolio so ein bisschen zu optimieren. Da müsstest du jetzt den Chart von Colgate Palmolive sehen oder jemand darf gerne mich korrigieren, wenn man das wirklich ausspricht. Ich weiß es jetzt nicht. Palmolive, glaube ich, stimmt aber. Jetzt ist die Frage, jetzt gucken wir uns mal den Chartverlauf hier an und da kann man jetzt zum Beispiel zum Ergebnis kommen, das heißt durch eine eigene Fundamentalanalyse oder durch eine Chartanalyse oder durch einen Tipp, das ist mir jetzt egal, wo das herkommt, dass man zu dem tiefen Preis hier vielleicht die Aktie später auch nochmal kaufen möchte. Dann kann man das ganz einfach machen, indem man eine Limit-Buy-Order in den Markt legt. So würden die meisten Aktien-ETF-Investoren eben die Aktie sich dann kaufen wollen oder, was man auch machen kann, man kann einen sogenannten Put verkaufen. Wenn man einen Put verkauft... Das wäre dann eine Option. Genau, das ist eine Option, eine Put-Option. Genau. Wenn man die verkauft, dann erhält man eine Prämie, also nimmt Geld ein und was die Option letztendlich bewirkt ist, sollte der Aktienpreis unter diesen blauen Linien fallen, das wäre der vorab fixierte Preis, muss man die Aktie eben kaufen zu dem Preis. Das wollte man ja aber ohnehin. Das Gute ist jetzt, wenn das jetzt nicht passiert, habe ich Geld verdient, bei der Limit-Buy-Order habe ich gar nichts verdient und beide verfallen, aber hier beim Cash-Secured-Put habe ich eben noch Geld verdient. Und das Spiel kann man immer und immer wieder spielen, bis irgendwann mal die Aktie zu seinem gewünschten Preis eben dann auch im Depot landet und bis dahin kann man tatsächlich mit so einem Put immer wieder Geld verdienen. Als Verkäufer natürlich gesagt, nicht als Käufer. Und das Ganze kann man auch auf der Oberseite spielen. Also wenn man hier zum Beispiel sagt, in diesem Bereich, da ist mir die Aktie zu teuer oder zu überbewertet, da würde ich sie lieber verkaufen wollen, dann kann man da immer einen Call, das ist auch eine Option, das quasi dir führt dazu, dass die Aktie verkauft wird aus deinem Depot, wenn du diesen Call verkauft hast, kannst du quasi immer Prämie kassieren, in dem Bereich, wo du ohnehin die Aktie jetzt erst verkaufen wollen und so quasi dein Geld immer wieder verdienen. Also du kannst quasi mit deiner Aktie Geld verdienen, indem du sie zum Verkauf freigibst, wenn der Strike erreicht wäre. Kannst du nochmal zwei Slides zurückgehen zu dem ersten Beispiel, genau, weil das leuchtet mir eben auch ein, genau. Also Limit Buy, nur mal noch zusammenfassen und du sagst, wenn es nicht passt, Genau, ich kann entweder Limit Buy machen, so ich will die kaufen, wenn die nochmal da ist und dann gucke ich zu, selber schon oft erlebt, wie der Kurs einfach schön nach oben geht die nächsten Jahre und ich verpasse den Zug und bin nie dabei. Und der Vorteil jetzt ist, wenn ich das mit einer Option mache, dann kann das auch sein, dass es quasi nie reingeht, aber ich bekomme sofort eine Prämie. Also wenn ich jetzt sage, ich verkaufe jetzt diesen Put, dann bekomme ich jetzt sofort ein paar hundert Dollar als Prämie für 30 Tage zum Beispiel und dann kann ich es wieder machen. Das heißt, auch wenn der Kurs davonlaufen sollte, habe ich aber jetzt alle 30 Tage irgendwie eine Prämie bekommen. Das ist ein Vorteil. Genau. So kannst du das theoretisch handhaben und das gleiche auf der Oberseite auch. Mhm. Okay. Stark. Das ist so eine Möglichkeit, wie man als Aktien-ETF-Investor sich quasi Aktien günstig ins Depot holen kann, zu einem Wunschpreis und eben auch aus dem Depot rausholen kann, also verkaufen kann, auch mit einem Extra-Bonus. Okay, das heißt, konkretes Beispiel, ich habe jetzt Palmolive Aktien, 100 Stück, im Depot, in meinem Optionsdepot, weil es hat geklappt. So, ich habe die mit Rabatt jetzt eingekauft, günstig. Und was kann ich dann machen, also wenn ich die 100 Aktien zum Beispiel drin habe? Genau, und die laufen jetzt zum Beispiel vom Kurs in die Entwicklung in irgendeinen Bereich rein, wo du sagst, die sind viel zu teuer jetzt und die würden eh bald wieder fallen. Dann könntest du sagen, okay, wenn sie über den Preis steigen, dann möchte ich sie verkaufen. Das machst du aber nicht mit einer Limit-Sell-Order, sondern in dem Fall mit einem Short-Call, und zwar mit einem Covered-Call, weil du hast ja die Aktien. Und dafür kassierst du eben auch wieder eine Prämie. Und die Prämie könntest du eigentlich danach auf den Verkaufspreis ja noch aufschlagen und dann praktisch so den Extra-Bonus noch bekommen. Ja, okay. Und das heißt, du machst jetzt, ich weiß nicht, wie oft machst du so eine Option aktuell? Was hat sich bei dir eingependelt? Ist das ein-, zweimal im Monat oder mehr? Wie ist das bei dir konkret? Genau, also ich mit meiner Strategie, ich bin so ungefähr einmal pro Woche mit einer Option verkauft, vielleicht auch einmal in zwei Wochen, also so ungefähr drei bis vier Optionen pro Monat. Mhm. Okay. Und da kommen so 300, 350 Dollar Prämien bei rum. Und du machst, glaube ich, deinen Jahresurlaub mit der ganzen Geschichte. Bitte, wie viel Zeitaufwand muss man sich da vorstellen? Also sicher am Anfang hast du mehr probiert und keine Ahnung und so weiter. Aber jetzt, wo sich so dein Workflow eingependelt hat, wie ist so eine Optionswoche für dich neben Vollzeitjob und Familienvater? Wie viel Zeit muss man da einkalkulieren? Also manchmal in der Woche gar keine Zeit, da reicht dann der Blick auf die App im Handy, um zu gucken, ob es einen Handlungsbedarf gibt. Das mache ich eigentlich dann schon täglich, also zum Börsenbeginn in den USA gucke ich mal rein und eben dann gegen abends wieder, wenn die Börsen schließen würden, ob es irgendeinen Handlungsbedarf gäbe, aber das ist jetzt keine Zeit, das sind zehn Sekunden oder so. Und das wirkliche aktive am PC sitzen, das ist, ja, mal eine halbe Stunde in der Woche vielleicht. Mal ist es mehr, mal weniger im Schnitt, aber wahrscheinlich so 30 Minuten oder weniger. Okay, und wie sieht dein Workflow grob aus? Also was gibt es zu tun, wenn ich sage, ich möchte auch Optionshandel machen? Ja, was gibt es zu tun, wenn ich das machen möchte? Gut, also wenn du von Null startest, musst du dich erstmal das ganze Wissen aneignen. Du musst, vor allem, was mir am Anfang schwergefallen ist, zu überblicken das Ganze, weil das ist ja doch ein neues Thema, dann weißt du auch nicht, wo welche Risiken schlummern und anfangs habe ich auch ganz viele Sachen nicht auf dem Schirm gehabt. Das muss man sich nach und nach wirklich systematisch anarbeiten, um da nicht irgendwo Schiffbruch zu erleiden. Wenn aber mal das Wissen da ist und deine Strategie bekannt ist, wo du machst und ich zum Beispiel bin recht faul, ich mache eher so mechanisch-statische Einkommens-Trades, das sind natürlich meistens immer die gleichen Underlyings, das ist immer die gleiche Watchlist, aus der ich mich bediene, es sind ähnliche Laufzeiten. Es läuft alles nach einem Schema F ab und wenn du mal in dieser Stadium bist, dann ist es, wie gesagt, sehr wenig Arbeit, eine halbe Stunde pro Woche vielleicht. Und wenn du jetzt da konkret rangehst, also was machst du? Also du schaust, musst du was tun oder was sind die Aufgaben? Also da muss man schon ein bisschen was tun, wenn jetzt mal alles aufgebaut ist. Also du gehst in deinen speziellen Broker rein für die Option, dann hast du deine Watchlisten und dann klickst du die quasi nacheinander durch und guckst eben nach gewissen Filterkriterien, was könnte jetzt attraktiv sein, um eine Option darauf zu verkaufen. Dann schaut man sich die Charten, das Chartbild ein bisschen an, dann guckt man sich die Optionen an und dann wählt man halt irgendwann den Basiswert aus, den man möchte und dann ist das einfach ein paar Klicks und dann ist das Geld eigentlich verdient in der Hinsicht. Und dazu gehört halt, wenn die Option dann quasi abgefeuert wurde, mal so gesagt, dann heißt es nicht, dass man dann einfach nichts mehr tun muss, sondern man muss das dann schon, wie gesagt, auch überwachen regelmäßig. Also das mache ich zweimal am Tag, ins Blick ins Handy, zum Gucken, ob es irgendwas zu tun gibt, weil zu einem Optionshandel gehört meiner Meinung nach auch ein striktes Regelwerk dazu. Vor allem für mich ist es ganz wichtig, weil ich möchte mich nicht jedes Mal neu reinverkopfen müssen, sondern Emotionen am besten rausnehmen. Es gibt klare Take-Profits, klare Stop-Losses und wenn die dann in der App angezeigt werden, dann schließe ich eine Option, weil es das Regelwerk so vorgibt und dann starte ich von vorne. Und das hat mir eigentlich geholfen, eine stabile Rendite zu erhalten, die ich gut finde, weil einfach die Schwankungen dann weniger sind, weil du dich nicht mehr jedes Mal irgendwie selber überzeugen musst, dass das, was du machst, jetzt richtig ist oder dass es falsch ist, was du machst. Und das ist für mich ein ganz großes Hilfsmittel. Und vielleicht noch zu den Rahmenbedingungen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe schon ein Depot bei Comdirect, Scalable, wo auch immer, können die dann da mit Optionshandel machen oder brauche ich einen speziellen Broker für Optionen? Ja, leider ist das nicht der Fall. Also sobald dann mal ein richtiger Broker oder einer der etablierten Broker das Problem lösen könnte, dass man Aktien, ETFs und Optionen in einem wirklich intuitiven Broker handeln könnte, das würde ich sofort mich dafür anmelden. Also nein, es ist nicht möglich. Bei manchen Brokern kann man zur Optionen handeln, aber sehr teuer und nur europäische. Also im Prinzip geht es eigentlich nicht. Du kannst bei Trade Republic das nicht tun, bei den meisten Neobrokern auch nicht, sodass du immer noch einen extra Broker brauchst. Und das wird am Ende des Tages immer Interactive Brokers sein, falls einem der Name was sagt, direkt oder einer von seinen Introducing Brokers, die halt das Programm so ein bisschen für den Kunden in Deutschland, ja, unterstützend gemacht haben. Aber das bleibt dabei und es ist dann halt auch eine professionelle Software. Um es die geht, da braucht man auch ein bisschen Einarbeitung, bis man die blickt. Aber man braucht einen extra Broker dafür. Das geht leider nicht bei einem schön einfachen Broker aus Deutschland. Okay. Ich habe auf YouTube im Community-Tab im Vorfeld noch eine Frage gemacht, was man dir stellen soll. Und das Lieblingsthema, das hochgevotet wurde, war neben der langfristigen Rendite, die haben wir ja beantwortet, war noch, wie ist denn das mit dem Thema Steuern? Kannst du da was zu sagen? Wir sind keine Steuerberater, du auch nicht. Aber in der Praxis so ist das machbar. Also du gibst ja seit fünf Jahren irgendwie deine Steuererklärung ab und da ist Optionshandel auch drin. Wie ist das Thema Steuern bei Optionshandel? Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist natürlich typisch deutsch nicht schön gelöst und vor zwei Jahren wollte man natürlich dem dummen Privatanleger nochmal ein bisschen helfen. Damit hat man es noch schwieriger gemacht, den Optionshandel einfach und trivial zu versteuern. Das ist auch so ein Punkt, wo man eben auch hinkommen muss, wenn man jetzt mit dem Optionshandel startet und sich Bücher durchliest und YouTube-Videos anschaut und so weiter und so fort. Wie das Optionsgeschäft funktioniert, das ist relativ schnell klar. Ist auch relativ schnell klar, welche Strategie für einen passt, aber diese Nebenkriegsschauplätze, wo man dann erst hinkommt, wenn es eigentlich schon zu spät ist, da hat man eigentlich nicht so viel dabei. Das ist quasi einmal die Brokerwahl, dann einmal, wie wird der Broker wirklich aufgesetzt und dann natürlich am Ende vom Jahr, wie wird die Steuer gemacht. Und plötzlich stellt man fest, dass der Steuerreport, den der Broker ausspuckt, unbrauchbar ist, um eine deutsche Steuererklärung zu machen. Da muss man die wieder auseinander diffundieren. Deswegen habe ich mir das ja alles mal im Detail aufgeschrieben und das systematisch aufbearbeitet, dass ich wirklich so einen Workflow von A bis Z habe. Teil davon habe ich auch dokumentiert auf Geldschnurrbart, auf der neunteiligen Artikelserie. Aber da gab es immer noch so viele Fragen. Aus diesen ganzen Fragen habe ich mir das jetzt nochmal aufdestilliert und habe da jetzt auch dann einen neuneinhalbstündigen Videokurs dazu gemacht, wo wirklich quasi den Berufstätigen von A bis Z an die Hand nimmt und all diese Fragen mitklärt und vor allem auch die Sachen, die jetzt nicht offensichtlich auf der Agenda stehen, wie Steuern, wie Marginkonto, wie TWS, also die Handelsoberfläche für Optionen vereinfacht einzurichten. Die Risiken, die auch vor allem nicht offensichtlichen Risiken, wo man erst mal, wenn man drüber nachdenkt, erkennt, okay, das hatte ich nie auf dem Schirm und habe es immer wieder gemacht. Und da gibt es zwar ein geringes Risiko, aber wenn das eintritt, dann gucken wir blöd aus der Wäsche. Ja, und da gehört die Steuern definitiv mit dazu. Aber es ist vorab, kleiner Spoiler, die Steuer ist machbar. Man muss halt nur wissen, was ist das Problem und wie umschifft man das? Welche Hürden würden einem im Weg gelegt? Wenn man die vorher schon kennt, dann kann man auch sein Handeln danach ausrichten. Okay, mega. Cool. Also, wenn ihr Fragen habt, hier, liebe Zuschauer, gerne in die Kommentare. Aber falls ihr das Video live, quasi live seht, dann nächste Woche Donnerstag, 20 Uhr, Live-Webinar für Alex. Er nimmt sich noch eine Stunde Zeit nach seiner Präsi für eure Fragen. Das heißt, ja, einfach Fragen notieren, reinballern. Wer das Video jetzt später schaut, da wird der Optionskurs auch schon online sein. Der geht nämlich mit dem Webinar quasi online. Den verlinken wir auch unten drin. Da ist quasi so dein Best-Practice-Praxiswissen nach fünf Jahren jetzt drin, was du dir zusammengesucht hast. Wen das interessiert, auch gerne verlinkt. Super. Ich glaube, als Update, kurz und knapp, machen wir das gar nicht zu lang. Alex, danke für deine Zeit. Ich höre im Kleinen im Hintergrund schon etwas. Genau. Und dann sehen wir uns live am Donnerstag im Webinar. Und bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.